Herzlich Willkommen zu einem neuen Video von eBakery, die Agentur für Online-Händler. In der letzten Folge haben wir euch erklärt, was es für Möglichkeiten gibt, eine Domain in Shopify zu hinterlegen. Im Anschluss haben wir euch die Variante, eine eigene externe Domain zu verwenden, aufgezeigt. In dieser Folge soll es darum gehen, eine benutzerdefinierte Shopify-Domain zu erwerben und zu verwenden. Solltest du die letzte Folge verpasst haben, dann ist diese oben rechts noch einmal verlinkt. Um alle weiteren komplexeren Anliegen kümmern sich gerne unsere Shop-Experten. Die Möglichkeit zur Terminvereinbarung und eine Übersicht unserer Leistungen erhältst du auf der oben verlinkten Seite. Nun zurück zur benutzerdefinierten Domain. Zuerst einmal erhält jeder, der einen Shopify-Shop erstellt hat, eine Shopify-Domain, damit sein Shop auch aufgerufen werden kann. Dabei ist es egal, ob ihr bereits einen Plan erworben habt oder noch Testhändler seid. Diese lautet immer shopname.myshopify.com Heißt also unser Shop Coffeeshop3000 wäre unser Domain coffeeshop3000-de.myshopify.de Das ist zum einen nicht griffig, ihr habt das Shopify-Branding in der Domain, es wirkt nicht sonderlich seriös und aus SEO-Sicht wäre das auch nicht effizient und ratsam. Deshalb lautet die Lösung, eine eigene Domain zu erwerben. Das geht, wie ihr in der letzten Folge gesehen habt, auf externen Seiten, aber auch in Shopify selbst. Dazu musst du ebenfalls wieder in die Einstellungen und auf Domains und dort auf neue Domain kaufen. Gib deine gewünschte Domain ein und schaue, ob diese noch zu haben ist. In unserem Fall haben wir Glück und sehen auch gleich, wie viel uns diese im Jahr kosten würde. Möchtest du dir andere Alternativen anzeigen lassen, klicke auf Nächste anzeigen. Hier siehst du, dass der Preis auch stark variieren kann. Nun heißt es nur noch auf Kaufen klicken. Als kleiner Hinweis noch dazu, geht sicher, dass vorher eure Zahlungsdaten in Shopify hinterlegt wurden. Zum Schluss erhältst du dann noch eine Übersicht der Daten und kannst überprüfen, ob alle angegebenen Infos richtig sind. Passt dann noch darauf auf, ob ihr die Domain auch wirklich jährlich automatisch verlängert haben wollt. Wenn nicht, nehmt den Haken raus und klickt final auf Domain kaufen. Den Vorteil, den ihr hier habt, ist der, dass alles weitere automatisch von Shopify eingerichtet wird. Solltet ihr noch nicht überzeugt sein und euch näher zum Thema Domain informieren wollen, also was eine Top-Level-Domain ist, wofür ihr ein SSL-Zertifikat braucht, warum die URL ein Google-Ranking-Faktor ist und vieles weitere, dann ist für euch oben rechts unsere E-Commerce-Wiki-Playlist verlinkt. Ansonsten helfen und beraten wir euch auch gerne persönlich. Für weiteren E-Commerce-Content abonniert diesen Kanal und verpasst in Zukunft keine neuen Folgen mehr. Wir hören uns dann morgen in alter Frische wieder. Bis dahin, euch alles Gute, wünscht euch euer eBakery-Team.